für was tücher? falls ihr spucken müsst 3 2 1 miauuu willkommen zu einem neuen video ganz einfaches format eigentlich wir verbinden unsere augen wir sehen nichts unsere mutter hat sechs sieben sachen vorbereitet die wir schmecken müssen du muss immerhin die kamera halten was du uns gibst und wir müssen dann schmerz raten erschmecken was wie was es ist der verlierer kriegt eine bestrafung und zwar an der gibt was nein nein ich hab schon genug nein der verlierer muss alles auf einmal nehmen ich schaffe nicht mal eier hallo ich habe keine eier nein 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 sagt nichts du darfst du nicht sagen okay josef fällt mit deinen augen aber ich esse es mit herzen na ja nicht aus dass ich aus versehen nicht schubbeln bitte warte 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 du kannst von unten gucken deswegen hallo ich darf riechen anna darf man riechen anna darf natürlich ihr sollt fühlen ihr kriegt kein gabel keinen löffel ihr könnt ihr dürft mit händen fühlen hey dann ist doch einfach nein ja okay fang leicht anna so mit gurke oder so ich hoffe dass ich auch richtig zeit nein spiegel verkehrt auch wenn man wieder rein war ja anna bewegt die kamera nicht was das hart ist da was nicht so füllen wir auf und ich darf mach mal ich so ich will aber nicht woher wie viel egal ich habe angst und wie macht ihr das mit raten der geruch ist schon wie heißt es doch mal ein das ist alles das gleiche ja 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 ich habe vergessen ich weiß schon wie das heißt es ist so schokomäßig so kennt ihr das nicht josef kennst du das nicht ich weiß also das ist was türkisches so kommt mir ich kenne es nicht ich kenne es niemals aber so das schmeckt so schokolademäßig ich weiß jetzt habe ich muss ich habe die ganze zeit die tachatata gemacht in meinem kopf ich habe ein kleines stück gegessen du kennst es ist auf hahn muss ja hast du mein gott wie lange habe ich das nicht mehr gegessen ok auf 3 sagen wir gleichzeitig eins zwei drei helva hat er geguckt nein nein was ist helva auch deutsch Ich glaube aber auch hellbar, oder? Süße Sesapaste mit Pistazien. Und schmeckt's auch? Ja, ist okay. Nicht mehr so meins. Das ist so stark. Nach was riecht sie so? Nach Seife. Seife-Muss? Hä, bist du dumm? Ich hab meine Hand doch hingewaschen. Haben wir das Gleiche? Ich weiß, was es ist, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Das macht man bei Besuch so. Bei Besuch muss das, Junge. Aber das ist halt in Stücken. Warte mal, ich esse. Hä, haben wir das Gleiche? Ja. Und erlaubt. Hä, das ist so wie Chips, aber das ist kein Chips. Hä, Anne, verarschst du uns? Nein, warum soll ich verarschen? Der Geruch. Mhm. Willst du noch? Und der Geschmack passt nicht. Also Emma, du musst es wirklich kennen, diesen Geruch. Was? Ich kenn den Geruch auch, aber der Geschmack passt nicht. Keine Ahnung, ich komm nicht drauf. Aber ich kenn den Geruch. So, Frank, nicht so offen. Aber das ist eh nicht. Ich sag einfach Chips, aber das sind keine Chips. Ja, ich sag nix. Ich sag nix. Was ist das? Was ist das? Röstzwiebeln. Oh. Es hat auch so nach Zwiebeln gerochen, aber es hat so nicht gepasst einfach. Der Geschmack, das schmeckt ja nicht nach Zwiebeln. Das ist voll schwer. Das ist übertrieben schwer. Man denkt, man kennt das und so, aber das ist voll schwer. Achtung. Mach hier, was ist denn hier? Das ist einfach. Ich hab gar nix. Ich glaub das ist einfach. Okay. Und bitte nicht. Doch nicht. Ach du Scheiße, was ist das? Jetzt ist voll weich so. Ich weiß. Willst du probier doch mal? Ja, probier doch. Nein, ich weiß nicht. Doch, du sollst auch probieren. Ich weiß doch schon, warum soll ich noch probieren? Ja, ja. Doch, das riecht. Das riecht. Warum ist das so weich? Ja, wie ekelhaft. Hast du was im Kopf oder nicht? Eins, zwei, drei. Champignons. Weißt du, was ich zuerst gedacht hab? Gummibärchen. Und danach nehm ich auf einmal. Warte mal, 2-2, gell? Du weißt, der Verlierer muss am Ende alles auf einmal essen. Hä? Ei, was ist das? Jetzt riecht nicht, oder? Ja, riecht es. Warum bist du so ängstlich? Probier doch mal, Ole. Hat das keinen gewohnt? Eigentlich gibt doch kein Gift. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Hm. Ich doch nicht. Hä? Schmeckt nach nichts, gell? Anna, weißt du, was ich gedacht hab? Eine Frucht, hab ich gedacht. Ich auch. Nein, ich dachte Zitrone. Ich dachte so Aprikose oder so. Mango, nein. Mango, nein. Aber was ist, wenn ich weiß, was es ist, aber Namen ich weiß? Ähm, dann kannst du mir ja so ein bisschen erklären und dann sage ich richtig oder falsch. Bananen? Warte mal. Nein. Ist das aus dem Kühlschrank? Ja, das ist kalt. Es muss aus dem Kühlschrank sein. Anna, du gibst uns aber kein rohes Fleisch, oder? Warte mal. Nein, das wird riechen, Junge. Anna, kennen wir das? Ja, ja. Hä, sicher? Ja. Wenn du es nicht erraten kannst. Also, du bist wirklich... Ehrlich? Ich riech das auch nicht. Ähm, denn, also das isst du gerne, Ähm, denn. Muss man das braten oder so? Ich glaube. Ich sag gar nichts. Ich glaube, dass irgendwas getrocknet ist. Kann es sein? Hä? Haben wir das Gleiche? Ich kenn den Geschmack, aber... Ich kenn den auch. Hä? Du schmeckst nach nichts. Aha, Emelie Gelieb. Emelie Gelieb. Nein? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das Gemüse? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Du kannst das überhaupt nicht orientieren. In welche Richtung? Das hat so ein bisschen Fleischgeschmack. Fleischgeschmack? Oder? Ja? Was sagst du, Yusuf? Was sagst du? Salon, ne? Ah. Hä? Ist Salon? Nein, nein. Yusuf hat es nicht? Bisschen Fleischgeschmack? Hat es wirklich... Ja, sag beide was. Auf drei. Aha. Drei. Dann sag mal. Drei, zwei, eins. Keine Ahnung. Käse. Aber keine Ahnung. Nein. Was ist das? Ist Käse? Aber nein. Wenn ihr gesagt hättet Käse, dann müsst ihr schon sagen, was für ein Käse. Das ist doch Mara... Wie heißt das? Mozzarella. 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 Ich hab das noch nie gemocht, Junge. Ich weiß. Das ist wirklich. Yusuf tut mir leid. Ende. Ich sag Fleisch. Zum Schluss hast du wieder Käse, aber Käse wurde auch nicht akzeptiert, gell? 1, 2, 3, 4. Hier haben wir. Fünfte kommt jetzt. Fünfte kommt und es steht 2, 2. Ey Yusuf. Zieh mal deine Maske auf. Jetzt hab ich euch was Schönes. Moment. Hier geb ich euch beide 30 Sekunden. Aber dann auf 1, auf 3 wieder. Ich weiß schon. 1, 2, 4, 5. Warte mal. Yusuf weißt du nicht. 30 Sekunden hab ich gesagt. Ich zähl die 30 Sekunden hier. Ich weiß was es ist, aber wie heißt es? Hä? Ist es Mango? Was ist das? Yusuf bitte. Ah ok. 1, 2, 3. Getrocknete Ananas. Ok ok ok. Und hat es geschmeckt? Mh mh. Das ist gut. Ah. Mh. Das sind getrocknete Frische. Getrocknete Ananas. Mh. Hallooo. Yusuf. Katsana. Das schon mal. Nein. Nein. Ich weiß hab nicht gülön. Tamm du hast geschworen. Glück noch. Hm. Hadi. Geliyor. Jiii. Ja ich weiß schon glaube ich. Weißt du es? Ja. Okay, wir sagen auf drei direkt. Eins, zwei, drei. Erbsen. Ja, Erbsen meine ich aber. Ich habe Erbsen. Nein, Bogen zählt nicht. Ja, aber er wusste. Ich weiß, aber Anne, ich sage das immer oben. Er sagt immer Bogen. Anne, ich meine es ernst, du weißt das. Ich weiß, er sagt immer Bogen, aber ich habe noch eins. Da sage ich das nächste Mal auch Cola, aber ich meine doch Wasser. Nein. Okay, okay. Mach zu, Yusuf. Mach mal zu. Ey, Anne, sag dir Schummel. Du hast doch selber geguckt. Was sagst du? Ich gucke doch gar nicht. Wo gucke ich? Oh, ich habe gehört. Ich habe es gehört. Ich weiß, was das ist. Was sagst du? Ich weiß, was das ist. Wo ist mein Teller? Okay. Ich habe es so gehört. Ey, hast du es auf mich geschmiert? Nein. Nein. Okay. Ich nehme mir den. Ihhh. Ey, Yusuf, geh weg von mir. Okay. Boah, das ist lecker sogar. Drei, zwei, eins. Ketchup. Ich habe noch probiert erst mal. Ich habe schon probiert. Nein. Ich habe auch probiert. Ich habe auch probiert. Ketchup. Tomatenketchup sogar. Ja, doch. Ich wollte doch, dass ihr mit dem Händen so reinkommt. Warte, bring doch mal. Ja, nein. Nein, nicht mehr. Nie wieder. Hör auf damit. Ja, ey, Yusuf. Aber ey, hör auf jetzt. Okay, mach bei mir auch einmal. Ja, ja. Alter. Oder wir lassen unentschieden, wenn ihr wollt. Ja. Dann müssen beide bestrafen machen. Nein. Nein, mach jetzt letzte. Letzte, letzte, jetzt. Okay, jetzt komm. Bis jetzt wussten wir alles außer zwei oder eins. Drei. Drei, ehrlich? Ich denke, es ist der Bild, aber es ist der größte. Ich könnte es nicht. Hör auf. Aha. Ah. Da, 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 da. Aber weißt du, wie spät der Geschmack gekommen ist? Erstmal dachte ich das und danach das. Ich habe hier Ketchup, Zwiebeln, alles riecht danach. Ich weiß. Ich habe es. Die Frage ist... Boom! Ich habe es. Ich habe es. Also Freunde, unser Speicher ist voll gegangen. Voll gegangen? Voll gegangen? Wir haben beide Pistazie erraten. Ich habe es auch fertig gegessen. Ich weiß nicht, ob es noch drauf war, aber wir hatten beide auf jeden Fall Pistazie erraten. Das heißt, er steht immer noch unentschieden. Mhm. Und die Bestrafung war es. Alles, was wir hier hatten, also die ganzen Sachen, die wir hatten. Haben wir vermischt. Hier. Entweder seins sieht so aus. Hier. Aua. Ich habe es schon gesehen, Jusif, die Portion ist kleiner als meine. Und Jusif, ich würde mal sagen, guten Appetit. Stopp, ich will mischen. Darfst du es mit? Ich mache es mit Wasser, gell? Ja, wie du willst, aber so ist es halt. Mö, 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 ange! Kieschen, ja? Komm mal rein. Jusif! Ja, wie du siehst. Ja, Jusif! Ja, Jussif! Oko'M und das nicht aus. Das heißt, ich schreib. Du solltest mir etwas aus. Du solltest mir etwas aus. Ich lass dich an deinem. Ja, so schön. Bauche ich jetzt schreib. weg. Bei Josef ist noch was drin. Der Josef ist immer so, gell? Also der Josef kotzt schnell. Der kotzt nicht schnell. Doch. Der wirkt schnell. Der wirkt schnell. Der muss nur, wenn der einmal was eklig findet, der macht nur noch die ganze Zeit. Ich glaube, das Rennen auch schon. Das macht er immer. Ja. Josef, isst du noch? Nein, nirgends. Nein, 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 es hat gar nicht gefolgt. 3, 2, 1. Freunde, das war's mit dem Video. Also auf jeden Fall, Freunde, wenn das Video euch gefallen hat. Der Josef hat verloren. Wir haben beide verloren. Ey, gewonnen. Hä? Was haben wir eigentlich? Also ich fand es nur eine lustige Challenge eigentlich. Und schwerer als man denkt, glaube ich. Und? Na. Na. Was fandst du am ekligsten? Ähm, Röst, Zwiebeln. Champignons, roh. Champignons habe ich nicht ganz probiert extra. Das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like da, kommentiert das Video, teilt das Video und wir sehen uns mit irgendeinem Video wieder. Wart's mal. Anerkennst du blaue Wasser Eis? Doch, wir sind die Besten nur zu dritt. Tippe. Doch, wir sind die Besten nur zu dritt. Jeder schaut die Videos, weil wir zu dritt lustig sind. Also alle Daumen hoch und abonnieren. Und nicht vergessen, alle die Glocke aktivieren. Das ist meineajevi sagt mein Leben sei zu exzessiv mit 1 Jahrusluhen aus dem in einer Noble Boutique. Damit zu bleiben ist cool!